Das ist Frau Kraft. Als Bürgermeisterin in Sachsen spricht sie häufig mit Einwohnerinnen und Einwohnern über deren Ideen für die Gemeinde. Weil manche das Gefühl haben, dass ihre Wünsche nicht genug berücksichtigt werden, möchte Frau Kraft dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, ob jung oder alt, möglichst oft über die Finanzierung von Projekten in der Gemeinde mitentscheiden. Realisiert werden kann das zum Beispiel durch einen Bürgerhaushalt. Beim Bürgerhaushalt können die Menschen mitbestimmen, wofür eine Gemeinde öffentliche Gelder ausgeben soll oder wo Ausgaben eingespart werden können. Die endgültige Entscheidung über den Haushalt liegt jedoch bei Politik und Verwaltung. Eine andere Möglichkeit, Einwohnerinnen und Einwohner an finanziellen Entscheidungen zu beteiligen, ist das Bürgerbudget. Hier erhalten die Bürgerinnen und Bürger meist einen eigenen Finanztopf, über den sie selbst entscheiden können. Dazu können sie Ideen einreichen und dann darüber abstimmen, welche der Projekte umgesetzt werden sollen. Ob mehr Bänke in einem Park gebraucht werden, eine dunkle Straße besser beleuchtet werden sollte, ein Spielplatz saniert oder ein Radweg gebaut werden soll. Das Verfahren für ein Bürgerbudget plant die Gemeinde. Sie legt den finanziellen Rahmen fest und ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Ideen einzureichen. Dies kann schriftlich erfolgen, in Versammlungen oder auch online. Anschließend prüft die Verwaltung die Vorschläge. Denn oft sind nicht alle Ideen umsetzbar, da zum Beispiel die Zuständigkeit nicht bei der Gemeinde liegt oder die eingereichten Vorhaben zu teuer sind. Die machbaren Vorschläge werden durch die Bevölkerung bewertet, sodass eine Rangliste der Projekte entsteht. In der Regel werden dann so viele Vorschläge umgesetzt, bis das Budget ausgeschöpft ist. Mit dem Bürgerbudget konnten wir einen Spielplatz sanieren und dort neue Tischtennisplatten bauen. Das war ein tolles gemeinsames Projekt von Bürgerinnen und Bürgern und Gemeindeverwaltung. Von den Kindern über uns Eltern bis hin zu den Großeltern haben alle gemerkt, dass es etwas bewirkt, wenn wir uns gemeinsam engagieren. Und vor allem, dass es schnell und unkompliziert gehen kann, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Für mich als Bürgermeisterin und auch für unsere Verwaltung ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eine echte Bereicherung. Wir werden das auf jeden Fall weiterführen. Denn der lebhafte Austausch, der im Beteiligungsprozess entsteht, schafft Vertrauen zwischen den Menschen und der Politik. Die Gemeinschaft wächst enger zusammen und alle entwickeln ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb der Gemeinde. Ein Bürgerbudget ist ein gutes Instrument, um bereits junge Menschen aktiv an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. In einigen Gemeinden können Jugendliche schon ab 14 Jahren Projektvorschläge einreichen, mitbewerten und umsetzen.